Für die Aufnahme und Auswertung von Satellitenbildern sind verschiedene Wellenlängenbereiche des elektromagnetischen Spektrums wichtig. Eine besondere Rolle spielt das Infrarot. Den meisten Menschen ist Infrarot aus dem Alltag ein Begriff. Wärmebildkameras, Infrarotlampen, aber auch Fernbedienungen verwenden Infrarot. Wir Menschen können Infrarot nicht sehen, nehmen es aber teilweise als Wärme wahr. Also was genau ist das Infrarot? Schauen wir uns dazu noch einmal das elektromagnetische Spektrum an. Der Bereich des Infrarots im elektromagnetischen Spektrum wird von dem sichtbaren roten Licht und den Mikrowellen eingegrenzt. Die elektromagnetischen Wellen mit Wellenlängen zwischen 0,78 Mikrometer und einem Millimeter werden als Infrarot bezeichnet. Da dieser Bereich relativ groß ist, wird die Infrarotstrahlung noch weiter unterteilt. In das nahe, kurzwillige, mittlere, langwellige und thermale Infrarot, sowie das ferne Infrarot. Abgesehen vom ferne Infrarot werden alle Bereiche in bestimmten Anwendungsgebieten der Fernerkundung genutzt. So absorbiert Wasserdampf besonders gut bestimmte Bereiche des mittleren und kurzwelligen Infrarot. Ein Umstand, der es Meteorologen ermöglicht, mit diesen Wellenlängenbereichen den Gehalt von Wasserdampf in der Atmosphäre zu ermitteln und so Luftfeuchte zu bestimmen oder Luftbewegungen nachzuverfolgen. Der selbe Effekt spielt auch bei der Aufbereitung von Satellitenaufnahmen eine entscheidende Rolle. Denn der Wasserdampf in der Atmosphäre absorbiert und streut bestimmte Teile des elektromagnetischen Spektrums. Das passiert sowohl auf dem Weg von der Sonne zur Erde, als auch von der Erde zum Satelliten. Und so werden Informationen, welche von der Erdoberfläche reflektiert werden, verfälscht. Doch der Wasserdampfanteil in der Atmosphäre kann mithilfe des nahen und kurzwilligen Infrarot bestimmt werden, um eine Atmosphärenkorrektur durchzuführen. Jetzt kann das Satellitenbild zur Analyse der Erdoberfläche eingesetzt werden. Dieses Satellitenbild des ISS-Sensors HEIKO zeigt eine Algenblüte des Erisees und verdeutlicht uns ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet des Infraroten Spektrums. Denn auch die Vegetation an Land und in der oberen Schicht von Gewässern kann mit Infrarot untersucht werden. Hierbei kommt das nahe Infrarot zum Einsatz, das besonders stark von Pflanzen bzw. vom Chlorophyll, dem grünen Blattfarbstoff, reflektiert wird. Pflanzen absorbieren blaues und rotes Licht, welches sie für die Photosynthese nutzen. Nahes Infrarot und grünes Licht ist hingegen für sie nutzlos und es wird reflektiert. Das führt zum einen dazu, dass uns die Blätter der Pflanzen grün erscheinen. Bei gesunden Pflanzen folgt daraus aber auch ein sprunghafter Anstieg der Reflexion vom roten zum nahen Infrarot, den wir als Red Edge bezeichnen. Dieses Phänomen nutzt die Fernerkundung, um den Normalized Difference Vegetation Index, kurz NDVI, zu berechnen. Der NDVI ist der Quotient der Differenz und der Summe des roten und infraroten Kanals. Je vitaler die beobachtete Vegetation ist, desto näher ist dieser Index an 1. Geringe oder gar keine Photosyntheseaktivität wird von einem Wert nahe Minus 1 angezeigt. Und der NDVI ist nur eine Möglichkeit, aus Satellitenbildern und dem infraroten Spektrum präzise Aussagen über die Pflanzenwelt zu treffen. So gibt beispielsweise ein weiterer Index, der Blattflächenindex LAI, Auskunft darüber, wie stark die Vegetationsbedeckung ausgeprägt ist. Die Nutzung des Thermalen Infrarot stellt den Grundgedanken der Fernerkundung auf den Kopf. Denn normalerweise wird die von der Erde reflektierte Sonnenstrahlung abgebildet. Beim Thermalen Infrarot ist allerdings die Wärmestrahlung, die von der Oberfläche ausgeht, also emittiert wird, besonders interessant. Oberflächen und Körper emittieren Wärme unter anderem als Thermale Infrarotstrahlung, was es theoretisch ermöglicht, Temperaturen aus dem Weltraum zu messen. Das Problem, verschiedene Oberflächen emittieren diese langwellige Strahlung unterschiedlich gut. So wird ein Blechdach bei 30 Grad Celsius weniger Thermalstrahlung abgeben, als ein mit Dachziegeln gedecktes bei gleicher Temperatur. Auch Wasserdampf und Aerosole in der Atmosphäre überdecken die Wärmestrahlung der Erdoberfläche. Und dennoch, nach Atmosphärenkorrektur und dem Abgleich mit Oberflächenkarten kann man von der im Satellitenbild gemessenen Intensität des Thermalen Infrarot auf die Temperatur der aufgenommenen Oberflächen schließen. Dann entstehen Bilder, mit denen Oberflächentemperaturen auf dem ganzen Globus gemessen werden können, ganz ohne Thermometer. Aber auch Waldbrände und andere Hitzequellen wie Vulkane können so beobachtet werden. Das Infrarot spielt in der Fernerkundung eine zentrale Rolle. Es ermöglicht uns genauerer Wettervorhersagen, das Monitoring verschiedener Ökosysteme unserer Erde, liefert Temperaturdaten für die Klimabeobachtung und ermöglicht uns einen Blick auf die Vielfalt unseres Planeten abseits des Sichtbaren.